Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Menschen im Internet. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die dritte, nee, vierte Woche in Folge. Oh mein Gott, kann man das schon eine Routine nennen? Eine Videoroutine? Jocko. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so ein Video gemacht, wie das jetzt gerade. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ob es einen Mehrwert bietet. Und ich bin auch so ein bisschen nervös, weil es irgendwie um mich geht, aber auch um Informationen. Und auch wenn ich mir sehr viele Wissen angeeignet habe in den letzten Jahren, werde ich heute über Dinge sprechen, über die ich vielleicht nicht zu 100% Bescheid weiß. Und ah, ha, ho, ha, so, es macht ein bisschen Unruhe in mir. Aber ich versuche das Ganze jetzt einfach mal, weil dieses Video ist ultra krass gefragt. Ich bekomme so viele Nachrichten dazu und zwar schon so eine unfassbar lange Zeit, dass ich dachte, ich sage da jetzt einfach mal zu. Ich mache da jetzt einfach mal ein Statement zu. Also falls ihr euch fragt, Jocko, wieso machst du das Video überhaupt? Willst du dich verteidigen? Das brauchst du nicht machen. Ich würde es gerne einfach einmal gesagt haben. Und zwar ist es vielleicht für viele verschiedene Menschen interessant, wieso ich nicht mehr vegan bin. Darum geht es nämlich in diesem Video. Für die einen Menschen einfach nur aus Interesse, für die anderen Menschen vielleicht aus ethischen Gründen. Dann gibt es vielleicht auch Menschen, die mit mir relaten können und eine ähnliche Geschichte haben. Und Menschen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben wie ich, die können dann vielleicht auch ein bisschen aufatmen, weil es ist... Ja, wie soll ich das sagen? Mein Gott, dieses Video könnten jetzt so viele verschiedene Menschen gucken, wisst ihr? Vielleicht seid ihr eine Person, die überhaupt niemals vegan gewesen ist und vielleicht einfach nur zwischendurch mal die Rügenweiler vegane Salami kauft, weil sie auch ganz gut schmeckt. Oder ihr seid halt Menschen, die halt vielleicht seit zehn Jahren vegan sind. Und je nachdem, wer ihr seid, schaut ihr mit einem ganz anderen Blick auf dieses Video und könnt vielleicht manche Sachen, die ich erzähle, komplett nachvollziehen und andere Sachen überhaupt nicht. Also es wird wahrscheinlich Kommentare geben wie, hä, wieso musst du es überhaupt erklären? Ich lebe schon mein ganzes Leben so wie du jetzt. Dann wird es Leute geben, die sagen, finde ich vielleicht nicht so cool, weil sie, keine Ahnung, vielleicht aktivistisch vegan sind oder so. Ihr merkt, oh mein Gott, es ist für mich wie vielleicht auch für andere Leute ein emotionales Thema. Vielleicht ist es auch gar kein emotionales Thema und es ist für mich einfach nur ein emotionales Thema. Ich weiß es nicht. Es ist so, Leute. Letztes Jahr war ich zwei Monate im Ausland und war, hab in einem Restaurant ein, wie sage ich, ein Foto gepostet. Da war ein Brot drauf mit Ei und das habe ich auf Instagram gepostet und habe gesagt, dass ich es jetzt einmal kurz droppen möchte, weil ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vegan bin. Weil das ging letztes Jahr schon ein halbes Jahr und ich habe das die ganze Zeit versteckt. Ja, ich habe mein Essen versteckt, weil mir das unangenehm war. Ich hatte irgendwie noch nicht erklärt, was bei mir los ist und fand es jetzt irgendwie komisch als Mensch, der eine vegane Kochstunde auf YouTube hatte und auch viel über den Veganismus gesprochen hat und auch sehr den Veganismus mit vorantreiben wollte, wenn ich da jetzt auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Eier poste. So, das war mir irgendwie komisch und dann habe ich das irgendwie versteckt und hatte ein bisschen Schiss und dann wollte ich das aber posten, weil ich möchte, wenn ich mich im Internet präsentiere, ihr müsst nicht alles von mir wissen, ne, das ist ja klar. Es gibt Dinge, die sind auch privat und die teile ich gar nicht im Internet, aber so meine Grundsubstanz, wie ich bin, wer ich bin, was bei mir los ist und warum ich gewisse Sachen mache, das ist schon so, das möchte ich frei ausleben. Ich möchte mich schon frei bewegen irgendwie und Essen gehört einfach dazu, weil das tut man im Optimalfall dreimal am Tag oder zweimal am Tag. Da habe ich das auf jeden Fall schon mal gedroppt und habe auch sehr viele Rückmeldungen bekommen und auch sehr viel Verständnis bekommen und auch sehr viele Leute, die es gar nicht gejuckt hat, weil who cares. Aber es kamen dann doch einige Nachfragen und Interesse und was ist da los bei dir und so weiter und diese Fragen kamen halt immer wieder. Hey Draco, ich habe jetzt letztens bei dir Feta-Käse gesehen oder Käse in der Story gesehen. Bist du gar nicht mehr vegan? Weil sie vielleicht auch die letzte Story nicht gesehen haben. Wir sehen ja nicht von allen Leuten alles, denen wir folgen. Wisst ihr, wie ich meine? Als ich dann in meinem Ich-bin-wieder-zurück-Video, ein neues Kapitel-Video, gesagt habe, ich bin nicht mehr vegan und dann habe ich das ja auch so ganz nervös gesagt wie, habe ich überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Ich bin nicht mehr vegan. Daran erkennt man ja schon, dass mich das Thema ein bisschen nervös macht. Und seitdem bekomme ich eigentlich jeden Tag unter den Videokommentare oder halt auf Instagram DMs mit der Nachfrage, ob ich da mal was zu sagen kann von den verschiedensten Leuten. Also von Leuten, die es ein bisschen sauer, also denen es ein bisschen sauer aufgestoßen sind, weil sie wahrscheinlich aktivistische Veganer sind und das Thema für sie auch eine sehr emotionale Bedeutung hat, was ich zu 100 Prozent verstehen kann, because I've been there. Und aber auch von Leuten, die mal vegan waren und nicht mehr vegan sind und gesagt haben, kannst du da mal mehr zu sagen? Mir geht es genauso wie dir, aber ich bin noch ganz unsicher bei dem Thema und so, weil wenn man mal so tief in dieser Bubble drin war, dann, naja, ist das schon so eine Sache. Das so, das war jetzt die mega lange Einleitung. Wer dieses Video nicht bis zum Schluss gucken möchte, für den kann ich das Ganze eigentlich abkürzen. Ich bin nicht mehr vegan aus individuellen gesundheitlichen Gründen. Und ich will auch vorab nehmen, dass dieses Video sich absolut nicht lohnt, sich anzuschauen, wenn man darauf wartet, dass ich jetzt Gründe dafür nenne, warum man nicht vegan werden sollte. Oder dass ich Gründe für mich herausgefunden habe, wieso Veganismus insgesamt nicht funktioniert oder sowas. Das werdet ihr in diesem Video gar nicht bekommen, denn das ist nur meine individuelle Geschichte. Ich finde, der Veganismus ist großartig. Ich möchte, dass der weiter voranschreitet und ich stehe da moralisch und ethisch total hinter diesem Ansatz. Ich habe einfach nur eine individuelle gesundheitliche Geschichte gehabt, weswegen ich vom Veganismus weggekommen bin. Also, ich finde den Veganismus toll. Hier wird es keine Argumente gegen den Veganismus geben. Ich werde euch einfach nur meine persönliche Geschichte erzählen für alle Leute, die es interessieren, die Zeit mit mir verbringen wollen und die mir diese Frage gestellt haben, die vielen Menschen. So machen wir das jetzt. Was ich mir als erstes aufgeschrieben habe, war, und das ist vielleicht gar keine so, also um das einmal kurz so allumfassend zu erzählen. Es ist nicht einfach so gewesen, ich bin vegan geworden und dann habe ich gesundheitliche Probleme bekommen. Also, dieses Video sagt nicht aus, Veganismus ist nicht gesund, sondern ich bin eine Person, die schon immer ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Es ist einfach so, ich habe, glaube ich, das erste Mal mit sieben Jahren schon meine erste Diät gemacht und zwar nicht zum Abnehmen, sondern aus gesundheitlichen Gründen, weil ich Allergiesymptome hatte, als Kind stark Neurodermitis hatte. Und dann bin ich damals mit meinen Eltern beim Arzt gewesen und ja, musste dann irgendwie so eine Diät machen, durfte kein Weizen essen und verschiedene bestimmte Lebensmittel nicht und keine Farb und keine Konservierungsstoffe und irgendwie sowas. Und dann sind meine Symptomatiken damals auch zurückgegangen. Auch diese Phase war übrigens verbunden mit Stress. Also das alles, was ich heute erzähle, ist was somatisches, aber auch was psychisches, also Körper und Geist gehören zusammen. Das eine verstärkt das andere. Das ist sowieso immer wichtig zu sagen beim Thema Ernährung. Ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang schon Probleme mit meinem Magen-Darm-Trakt, aber ich habe das ehrlich gesagt nie wirklich gewusst, weil ich dachte, das wäre normal, weil ich habe Darmerkrankungen in der Familie. Also meine Mutter hatte, als ich klein war, schon zwei Darmverschlüsse, musste notoperiert werden. Meine Oma hatte mal eine Darmlähmung, I don't know what that is, aber so entzündliche Darmerkrankungen und tausend andere Erkrankungen, muss ich euch ehrlich sagen, habe ich in der Familie, habe ich in der Familie, ich habe alles in der Familie. Nennt mir eine Krankheit, meine Gene können bieten. Es ist so, dass ich da immer Probleme mit hatte, aber ich habe das nie hinterfragt, weil das bei uns zu Hause so normal war. Wisst ihr, also bei uns in der Familie, da wurde nicht so viel drüber gesprochen, sondern wenn was war, dann ist man zum Arzt gegangen, hat das gelöst und dann ging das Leben weiter. Aber es haben jetzt keine großen Gespräche über Krankheiten stattgefunden oder über Bauchschmerzen. Ich wusste nur, ach ja, wenn meine Mama ist, dann sieht die mal aus, als ob die im sechsten Monat schwanger ist und bei mir ist das auch ganz oft so. Das war irgendwie einfach so, Blähbauch liegt in der Familie. Ja, Blähbauch halt, hat doch jeder. So habe ich gedacht. Im Teenageralter habe ich natürlich noch mehr Erinnerungen da dran. Heutzutage kann ich das alles zuordnen, wisst ihr? Also ich habe so relativ früh angefangen, so auf Abi-Partys zu gehen und so und auch Alkohol zu trinken. Und ich habe zum Beispiel schon mit 14, 15 zu den Menschen gehört, die, wenn sie zum Beispiel Alkohol getrunken haben, am nächsten Tag, den ganzen Tag sich erbrochen haben und ganz schlimme Migräne hatten. Und ich habe das aber immer in Kauf genommen, weil davon reden ja alle, von diesem Kater. Und ich dachte, meine Freunde, die keinen Kater haben, das ist so eine Ausnahme. Man hat ja von Alkohol einen Kater, also ist das ja normal, weil in Filmen habe ich das ja auch gesehen, dass Leuten dann so schlecht geht. Wisst ihr, also ich habe das nie hinterfragt. Oder wenn ich Knoblauch gegessen habe, dass ich dann zum Beispiel so Fiebergefühle gekriegt habe. Alle meine Freunde haben sich immer Döner geholt und sowas. Und immer, wenn ich Zwiebeln oder Knoblauch gegessen habe, dann habe ich halt so, habe ich mich krank gefühlt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich werde ganz heiß und habe mich gefühlt, als ob ich Fieber hätte und so. Ich erinnere mich auch an so Sachen wie, da bin ich von meinem Kumpel nach Hause gegangen und dann habe ich so schlimm Magenschmerzen gekriegt, dass ich mich in ein Beet legen musste. Also ich bin an der Straßenseite, da war kein Straßenweg, habe ich mich in ein Beet gelegt und habe da eine Stunde gelegen, bis meine Magenschmerzen aufgehört haben. Und wenn das dann weg war, dann habe ich mit meinem Leben weitergemacht. Also ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Wenn ich zurückdenke und mir diese ganzen Sachen angucke, diese ganzen Migräneanfälle, dieses Übergeben, wenn ich Bier getrunken habe, es ist alles auf Histamin zurückzuführen und so weiter. Aber ich wusste das früher halt einfach überhaupt gar nicht und habe da auch keinen Fokus drauf gelegt. Und mein Leben ging weiter und das war auch eigentlich absolut möglich in dem Umfang. Also ich hatte das jetzt nicht jeden Tag oder so. Aber es gehörte halt einfach so dazu. Ich kannte das nicht anders. Dann bin ich irgendwann vegan geworden, aber es kam nicht einfach durch dieses Vegan-Werden. Also ich habe durch den Veganismus, Histamin habe ich ja schon eben angesprochen, das ist so ein Ding bei mir auf jeden Fall, habe ich verstärkt histaminhaltige Lebensmittel gegessen. Und Lebensmittel, von denen ich heute weiß, dass ich sie nicht vertrage. Ich habe sehr viel Datteln gegessen, sehr viel Bananen gegessen. Ich habe sehr viel Soja gegessen, sehr viel Hülsenfrüchte gegessen. Und heutzutage weiß ich, das sind alles Dinge, die mir unfassbar Probleme machen. Und meine Hauptmahlzeiten bestanden aber einfach aus all diesen Lebensmitteln. Und dazu kommt aber, dass ich in dieser Zeit, also als ich vegan geworden bin, kurze Zeit danach, ging auch eine sehr stressige Zeit in meinem Leben los und eine sehr fordernde Zeit in meinem Leben. Und das spielte halt auch nochmal mit ein. Weil Stress und so, das hängt auch alles mit Histamin zusammen und noch verschiedenen anderen Faktoren im Körper mit Entzündungswerten und so weiter. Das ballert da nochmal so richtig rein, sage ich jetzt mal. Also wenn du was isst, was du nicht verträgst, ist vielleicht scheiße. Aber wenn du was isst, was du nicht verträgst und dir geht es psychisch nicht gut und du hast Stress im Körper, ciao Bella. Wirklich, also das hängt so stark zusammen einfach. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche. Ich hatte dann ganz viele, ich habe ganz viele verschiedene Symptome bekommen. Das hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Das hat mit Melasma angefangen, dass ich ganz viele Pigmentsflecken im Gesicht bekommen habe. Dann habe ich immer mehr verstärkt Bauchschmerzen gehabt. Ich weiß auch gar nicht, was da alles mit zugehörte und was nicht. Blasenentzündungen, Pilzinfektionen, dann wurde mein Darm auf Pilze untersucht. Dann, mein Gott, was war das alles? Ich hatte so viele Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Hauptfokus bei mir lag halt immer auf dem Essen, weil ich gemerkt habe, Essen tut mir nicht gut. Ich habe immer gesagt, Essen schadet mir. Das klingt so verrückt, weil Essen soll uns ja helfen und ich habe immer gerne gegessen. Aber ich wusste, wenn ich esse, dann geht es mir danach schlecht. Und es waren ganz unterschiedliche Symptome, die sich aufgebauscht haben. Also es hat angefangen damit, dass ich immer gesagt habe, ich habe immer gesagt, die After-Meal-Depression. Also immer, wenn ich etwas gegessen habe, habe ich mich danach, habe ich mich schlecht gefühlt. Irgendwie so düster und traurig und energielos, als ob jemand so einen Glücksstecker zieht. Und immer, wenn ich mal was gegessen hatte, wo das nicht passiert ist, was total random war, weil ich eine Person war, die noch nie Routinen hatte im Essen. Ich habe mal hier, mal da gegessen, mal das, dann da unterwegs, dann hier und da. Aber dann war ich immer so glücklich und dachte, krass, ich habe gegessen und kann trotzdem einfach gut gelaunt den Tag weitermachen. Weil normalerweise war es immer so, ich habe was gegessen. Dann wusste ich so, okay, jetzt eine halbe Stunde habe ich ein bisschen schlechte Laune. Dann geht es wieder. Und dann im Grunde genommen wusste ich, sobald ich wieder Hunger kriege, geht es mir gut. Und dann habe ich halt versucht, immer so viel Zeit wie möglich in diesem Hungergefühl zu bleiben. Muss ich jetzt Triggerwarnung, Essstörung geben? Ich weiß es nicht. Aber es war nicht aus einem Essgestörten Gedanken heraus, sondern ich wollte die Energie nutzen, die ich bekomme, sozusagen, die ich habe in dieser Zeit, bevor ich wieder esse und mir wieder Energie stark nehme. Genau. Und so ging das halt weiter. Und auf dem Hochpunkt war es dann wirklich so, dass ich so, also dann habe ich auch Hormonschwankungen bekommen. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Hormone oder Darm? Es ist ein Zusammenspiel. I don't know. Ich glaube, der Darm war zuerst da und die Hormone sind gefolgt, weil Histamin und Östrogen wird, glaube ich, von denselben Sachen abgebaut. Keine Ahnung, Leute. Ich verstehe das alles auch nicht genau. Auf jeden Fall habe ich krasse Zyklusprobleme bekommen. Ganz schlimm, PMS. Ganz schlimm. Also ich hatte so große schmerzende Brüste und Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen. Und boah, mir ging es so schlecht. Ich wusste so, boah, okay, wenn ich arbeite, ich muss in den ersten zwei Wochen des Zykluses richtig reinknallen. Ich muss richtig was machen, weil die zweite Hälfte, ciao, da habe ich Depressionen. Einfach nur hormonell bedingt. Das war super krass. Und das mit dem Essen wurde immer schlimmer. Also es war dann irgendwann so, dass ich nach dem Essen ganz oft Herzrasen bekommen habe. Also ich habe was gegessen und dann habe ich einen Puls von 140, 150 bekommen und so Schweißattacken. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, da habe ich dann auch noch angefangen, Nahrungsergänzungsmittel oben drauf zu nehmen. Und dann hat alles Ciao gesagt bei mir. Dann kam irgendwann der Tag, da ging es los, da habe ich mich nach jedem Essen übergeben. Wenn ich irgendwie ein bisschen ausgefallener gegessen habe und nicht einfach nur Reis oder Kartoffeln oder sowas, da habe ich ganz doll Magenschmerzen immer gehabt. Also so richtig bis in den Rücken. Und dann bin ich auch, ach Gott, wo ich überall gewesen bin, bei so vielen Ärzten. Und dann weiß ich noch ganz genau, und das war schon ein bisschen früher, da war ich bei einer Heilpraktikerin und die hat dann irgendwann so gefragt, Wie ist denn Ihre Verdauung? Haben Sie eine normale Verdauung? Ich sage, ja, ich glaube schon, so durchschnittlich. Und dann meinte sie so, was bedeutet das denn? Dann habe ich gesagt so, naja, ich habe schon so Blähungen, aber sonst ist alles ganz normal. Dann hat sie gesagt, ja, wie oft haben Sie denn Blähungen oder einen Blähbauch? Ich sage so, ja, schon jeden Tag. Halt, wenn man jetzt nicht ultra gesund ist, dann kriegt man ja einen Blähbauch. Und dann meinte sie, nein, das ist nicht normal. Daran erinnere ich mich noch. Und dann war es so ein bisschen so, okay, ich könnte mal auf meinen Darm achten. Auf jeden Fall kam dann dieser besagte Urlaub, wo ich mich, da gibt es auch eine ganz lustige Story im Podcast. Da haben wir uns letztes Jahr mit auf den Podcastpreis beworben. Da habe ich erzählt, dass ich in Österreich auf dem Weg nach Kroatien mit dem Auto, in Österreich an der Tankstelle, hinter so ein Stromhäuschen mich übergeben habe und da irgendein Mensch hingeschissen hatte. Und dann konnte ich mich besser übergeben, weil ich so angeekelt davon war. Das ist so ein Running Gag im Podcast. Das war auf jeden Fall besagter Urlaub. Der war super schlimm, Leute. Ich musste mich so viel übergeben und ich habe einfach versucht, so wenig wie möglich zu essen und einfach immer überall nur Kartoffeln oder Reis zu bestellen. Dann hatte ich, das war aber eigentlich voll gut, dass das passiert ist, weil dann war ich den ersten Tag quasi in der Sonne am Pool und dann habe ich abends Nesselsucht bekommen. Und da konnte ich googeln und habe herausgefunden, Nesselsucht ist eine Histamingeschichte. Ja, dann habe ich damals eine Zeterezin genommen, weil Kevin ist, wie heißt es, Vollschnupfenallergiker, Hausstaub, Hundehaar, Katzenhaar, whatever. Deswegen haben wir immer Zeterezin dabei und zack, waren meine Bauchschmerzen besser und meine Haut hat aufgehört zu jucken. Und dann hatte ich den ersten Hinweis und das war eigentlich super, super hilfreich, weil da hat eigentlich so ein bisschen meine Heilungsgeschichte angefangen, muss ich sagen. Da habe ich angefangen, zu den richtigen Ärzten zu gehen, mir von den richtigen Menschen helfen zu lassen. Und dann kam Tag X, das war auch noch mal ein anderer Tag, an den erinnere ich mich noch. Da, keine Ahnung, habe ich mich mit sehr vielen Menschen unterhalten, die mir gesagt haben, was ich erst mal weglassen soll. Und dann stand ich im Aldi. Das ist ein bisschen wir, was ich hier erzähle, ne? Ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich war hangry, ich hatte PMS, ich hatte lange nichts gegessen, ich musste dringend was essen, ich war upside down emotional. Und dann war ich auf der Suche nach etwas Histamin, Gluten und Weizen frei, hefefrei, weil ich nämlich allergisch auf Hefe bin und auf Hefe-Extrakt und auf Roggen, Foodmap arm und vegan. Danach habe ich gesucht im Aldi nach einem Snack. Und dann habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe im Aldi so angefangen zu flennen. Und dann hat Kevin mich so genommen und mich zurück ins Auto gebracht. Dann habe ich ganz doll geweint im Auto, ich war so überfordert. Und dann kam dieser Moment, da habe ich gedacht, I don't give a fuck. Mir ist alles egal. Mir ist gerade vegan egal. Mir ist gerade all meine Unverträglichkeiten und Allergien egal. Und dann bin ich in diesen Aldi gegangen und habe mir eine Packung von diesen furchtbaren, geilen Muffins gekauft mit dieser komischen Schokolade obendrauf und den Smarties, habe mich ins Auto gesetzt und habe heulend diese Muffins gegessen. Ich habe gedacht, die könnten mich alle mal, ist mir komplett egal. Und das war eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt. Und dann habe ich das damals meinem Arzt erzählt, wie es mir damit geht. Und dann hat sich das alles ein bisschen verändert. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, wieder tierische Produkte einzubauen. Weil ich habe eine Diät gemacht. Das ist, dass man ganz wenige Sachen nur noch isst. Also du isst irgendwie nur noch drei Lebensmittel, die super wenig irgendwie Allergene, ja, wo halt die meisten Menschen nicht drauf reagieren. Und dann führst du nach und nach Lebensmittel ein. Und ich habe an dieser Stelle beschlossen, ich nehme alle Lebensmittel. Ich beschränke das nicht auf vegan, ich mache das auf alles. Ich möchte einfach jetzt so viele Lebensmittel wie möglich finden, mit denen ich mich gesund und gut fühle, weil mein Körper ist in einem Alarmzustand. Und das habe ich dann damals gemacht. Und habe dann diese Diät gemacht und habe immer wieder neue Lebensmittel eingeführt, habe geguckt, wie ich mich fühle, habe Tagebuch geführt, habe aufgeschrieben, was ich für Symptome bekommen habe. Also sowas wie, ich kriege dann so Neurodermitis im Gesicht oder Bauchschmerzen oder Müdigkeit oder Herzrasen und so weiter. Auch wie viele Mengen ich davon essen kann, weil es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Handvoll Kichererbsen, so eine ganz kleine Handvoll Kichererbsen in einem großen Gericht habe, dann kann ich das zum Beispiel vertragen. Aber das könnte ich jetzt halt nicht jeden Tag essen und so. Es ist ein bisschen kompliziert. Long story short, das ist der Grund, warum ich nicht mehr vegan bin. Veganismus war ein großer Teil meines Lebens. Ich war zehn Jahre, wäre vegetarisch. Ich glaube, drei Jahre 100 Prozent vegan und dann immer so vegan mit Ausnahmen, aber mit Ausnahmen so ein bis zwei Mal Käse im Monat. Ich habe einfach gemerkt, meine Prioritäten haben sich verändert diesbezüglich. Also als ich so mit dem Veganismus mich beschäftigt habe und man diese ganz vielen schlimmen Dinge auch sieht, die da passieren. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle, ne? Also die einen kämpfen mehr dafür, die anderen weniger, die anderen gar nicht. Wir wünschen uns alle, dass sich da strukturelle Dinge einfach verändern. Ich glaube, jeder Mensch hat da eine andere Vorstellung, wie es im Optimalfall sein sollte. Es war schwer für mich, diesen Schritt zu gehen, weil wenn man sich da einmal so krass mit beschäftigt hat, dann, ja, ich habe Scham empfunden. Und es tut mir voll leid. Ich will gerade niemandem ein schlechtes Gefühl geben, der nicht vegan ist oder vielleicht auch nicht vegetarisch ist. Ich weiß, dass das auch ganz, ganz unbeliebt ist in bestimmten Bubbles, aber ich bin der Meinung, jeder sollte das tun, was er für richtig hält. Ich habe natürlich nur Menschen um mich rum, die einen sehr guten, also die einen guten Willen haben und gute Menschen sind. Die einen sind vegan, die anderen, keine Ahnung. Ich habe Freunde, die sind AltenpflegerInnen und haben Berufe, wo sie vielleicht weniger verdienen, aber an anderer Stelle was helfen. Also wisst ihr, jeder macht, tut, also ich glaube, um mich herum, oh Gott, ich habe schon wieder Angst, mich hier irgendwie was zu sagen, was nicht cool wirkt, aber tut eigentlich jeder irgendwas Gutes in dem Maße, wie er kann. Und dann gibt es Menschen, die tun nichts Gutes und die, die um mich herum sind, sind Menschen, die einfach keine Kapazitäten dafür gerade haben, wo richtig die Scheiße am Dampfen ist und die sich gerade um nichts anders kümmern können und sollten als um sich selbst. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn ich eine Freundin habe, die Depressionen hat, dann erzähle ich dir nicht, dass die vegan werden soll oder dass die anfangen soll, keine Ahnung, im Tierheim zu arbeiten. Sage ich jetzt einfach mal so frei raus, das ist meine Meinung und das muss gar nicht eure Meinung sein. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die sehen das ganz anders und die würden mir widersprechen und das ist auch total in Ordnung, aber das ist so, was ich so denke, genau. Ich glaube daran, dass ihr alle sehr gut selbst in der Lage seid, nicht dieses Licht vernünftig einzustellen, so wie ich. So belastend war es. Status Quo, wie ist es heute? Ich bin jetzt seit einem Jahr nicht mehr vegan, mir geht es sehr gut damit. Ich habe jetzt auch letztens einen Darmtest gemacht, das hat einiges erklärt. Also meine Darmflora, die kannst du echt auf den Müll werfen. Hier ist, warte, Diversität der Darmbakterien. Nice, oder? Das sieht richtig gesund aus. Was ich auch interessant finde, ist, ich bin in Tereo Typ 1, das heißt, eiweißreiche Ernährung. Das bedeutet, mein Darm sieht so aus wie der Darm von einer Person, die eigentlich nur tierische Produkte, nur tierisches Eiweiß isst, nachdem ich zehn Jahre das nicht gegessen habe. Mein Darm war offensichtlich nicht in der Lage, sich dieser neuen Ernährung anzupassen, weil ihm die Darmbakterien gefehlt haben. Ja, ansonsten hier Gesundheitsrisiken, Reizdarmsyndrom, entzündliche Darmerkrankungen, Foodmap-Index, also Foodmap sind ganz bestimmte Lebensmittel, die bestimmte Zucker enthalten auf Stufe 3, also sollte ich auch nicht essen. Es ist, ja, was soll ich sagen, ich bin eine Darmpatientin. Aber alles gut, ihr braucht mir keine Tipps geben. Ich bin in, also ihr dürft natürlich, aber ihr braucht nicht. Ich bin in sehr guter ärztlicher Behandlung bei meiner Ärztin und habe sonst auch hier in Bielefeld Ansprechpartner von Menschen, die sehr doll Ahnung haben. Ich arbeite gerade an meiner Darmgesundheit, mache eine Darmkur, nehme Darmbakterien, Prä, Pro, Post, Beriobiotika zu mir. Ich habe eine gute Diät. Ich esse jede Woche dasselbe im Kreis. Es ist ein bisschen langweilig, aber es funktioniert. Ich habe alle Mikro- und Makronährstoffe dabei. Völlig neues Lebenskonzept für mich, aber meinem Bauch geht es gut. Ich glaube, ich habe vielleicht noch einmal im Monat einen Blähbauch. Ich habe kaum noch Schmerzen. Ich nehme natürlich Antihistaminika für diese Histamin-Thematik. Aber ich bin auf einem sehr gesunden Weg und sehr viele Symptome gehen zurück oder sind weg. Und jetzt versuche ich wieder, so ein paar Experimente zu machen und vielleicht auch ein paar Sachen auszutauschen. Jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich Mandelmilch ganz gut vertrage. Hafermilch hatte ich irgendwann rausge... Da hatte ich sehr hohe Zuckerwerte, weil das ist... Mann, ich weiß immer nicht, ob euch das interessiert, aber ich habe mich so viel mit medizinischen Fakten auseinandergesetzt, einfach um mir zu helfen, weil es mir so scheiße ging. Aber Hafermilch habe ich zum Beispiel jetzt durch Mandelmilch ersetzt, weil ich hatte sehr hohe Zuckerwerte. Weil wenn man sehr viele Dinge isst, gegen die man allergisch ist oder auf die man unverträglich ist, dann hat man einen sehr hohen Stress im Körper. Und Stress macht insulinresistent und dann kann man zuckerkrank werden. Ach mein Gott, ist das alles kompliziert. Klinge ich wie eine 90-jährige Oma? Yes, I do. Das war meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl von, wen interessiert es? Warum sollte ich dieses Video machen? Aber es haben so viele Leute danach gefragt, dass ich es jetzt einfach mal abgedreht habe. Und jetzt haben wir das einmal besprochen und jetzt kann es weitergehen mit anderen Sachen. Ja, oder? Würde ich sagen. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch eine Gesundheitsgeschichte, die interessant ist. Vielleicht melden sich ja auch mal all meine Darm-Warrior. Ich glaube, ich habe sehr viele Darm-Warrior in meiner Community, weil ich so viel auf Instagram über meinen Darm spreche und den Podcast. Wir sind eine Darm-Community. Früher waren wir eine Scheidenpilz-Community. Aber was soll ich euch sagen? Wisst ihr was? Ich hatte schon so viel Scheiße in meinem Leben. Ich werde ja alles wieder los. Ich bin meine Blasenentzündung losgeworden und ich bin meinen Scheidenpilz so losgeworden. Ich bin noch andere Sachen losgeworden und auch das hier werde ich los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich will es nicht zu lang in die Länge ziehen. Ihr seid einfach sweet. Küsstchen aufs Nusschen. Wisst ihr? Tschüss.